Hallo Leute und willkommen zurück, ich bin's wie immer Jan und ja es geht weiter mit Drango Raging Best 2. Ja, wir haben im letzten Part mit G's die Galaxie beendet bzw. seine Galaxie haben wir beendet und ja dann würde ich sagen machen wir mal weiter und ich habe gerade schon geguckt der nächste den wir machen werden wird Vegito sein oder Vegito je nachdem wie ich eins aussprechen möchte gut nehmen wir mal Vegito dann besiegelt die Gegner innerhalb von 120 Sekunden ja ich denke mal das sollten wir hinkriegen ich hoffe mal ihr hört mich gut kommt mir ganz irgendwie komisch vor ein bisschen hier aber das sollte so wie es aussieht passen gut als erstes natürlich immer wieder wie immer Objekte so dann unbeziehungsvoller Geist dann Kampfschlag wo ist er da Kampfschlag okay das ist so lange her dass wir das kommt echt komisch vor Gott egal ist schon echt lange her dass wir nicht glückte sagt man hier Limmelpunkt hatten für zwei aber gut dann ist es halt nicht so wir werden es denke ich mal überleben ja gut wir haben noch super Vegito da rüsten wir einfach trägt auch mal aus bevor wir das natürlich vergessen ja so und eins schon wendet ja da muss ich jetzt immer echt dran denken das habe ich glaube ich sogar von paar Parts noch vergessen obwohl ich das erst ein paar Parts davor dann rausgefunden habe aber egal wird schon passen gut super angriffe damit auch kleine attacke die kennen wir streif finger streichen wir glaube ich auch hochspann kennen wir explosionswelt kennen wir super kam ja mehr kennen wir gucken uns trotzdem an und ich werde es wahrscheinlich trotzdem mal vielleicht sieht es auch noch mal anders aus aber ich werde es so oder so wahrscheinlich einsetzen dann kreisattacke gucken wir uns an und ja finale kam ja also den haben wir jetzt ja noch nicht den kriegen wir ja noch aber geil wir gucken uns trotzdem an ja strahlenschwertig kennen wir nicht den gucken wir uns dann natürlich an und final kam ja mehr gucken wir uns dann auch an aber dazu als gewesen eine schon wendet ja gut Kampfstart gut Vegito vs. Peacon Okay so zack 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 Scheiße ich war gerade verwirrt was muss ich drücken nein okay Gut wir kämpfen mit Vegito gegen Peacon und du bist Ey am Arsch So war es nicht abgemacht okay hätte ja sein können dass ich das schon so bei Vegito am Anfang hat äh habe aber das hat mich auch gewundert also Ja passt schon so jetzt Okay die kreisattacke kenne ich schon ich weiß nicht ob ich sie jetzt zu ende ausgeführt habe aber ich dachte mir wird schon passen Ihr seht ja was sie ist ne Nein am Arsch Ey jetzt lass mich mal bitte in Ruhe So gut Nein 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 scheiße ich dachte ich wäre ausgewichen egal ich habe nicht den vollen Schaden eingesteckt Da ich zumindest ein bisschen ausgewichen bin Gut wir laden mal super Attacke auf So und nicht noch mal das kannst du mal schön knicken so kommen hau weg So jetzt haben wir aber super attacke auf Zack und Super KMH Er macht wilder Sinn als kalt Fuh du Jut Der Fuh So und Knalltacke Piong Aua Jut die Portalrohrringe sind mächtiger als ich dachte Also ja sind sind ganz gut Äh ja andere Missionen werden ja Jut jut Ersten Kampf geschafft ging ja relativ einfach aber es ist ja meistens so beim ersten Kampf also Nicht gerade verwunderlich Uh dann würde ich sagen gehen wir jetzt erstmal als links Äh als links was nach links So neue Transformationsform Oh gut haben wir direkt freigeschaltet das ist natürlich schön Äh ja super Vigito Dann Max Malbert für Linkspunkt Das ist auch gut dann können wir jetzt nämlich Kampfschlag ausrüsten Und äh Ja du hast ein neues Bild erhalten im Museum ausgestellt Ultimate Fusion Vigito Okay So Spiel haben wir ihn gespeichert Wie immer So Da nochmal Objekte Und zwar Ähm Da Kampfschlag Und hier natürlich auch nochmal Kampfschlag ausrüsten So Äh Da Schön So ein Schlag beendet Ja Gut dann würde ich sagen Transformieren wir uns direkt zu Super Vigito gleich Und machen da Dann die ultimative Attacke So Kampfschlag Kampfschlag Was Kampfstart Oh Mann oh Mann Äh Ja Wie gesagt direkt mal die ultimative Attacke Das hat ja bei den normalen Vigito nicht geklappt Aber ja Das werden wir uns einfach auch nochmal angucken Obwohl wir Super Ramea mehr ja eh kennen Auch wenn wir wahrscheinlich bei Final Kamea mehr jetzt nicht viel sehen werden Weil wie immer man einfach nur sieht wie der Gegner da in irgendeinem Hintergrund da Schaden kriegt Aber wir gucken uns natürlich trotzdem an Aber nicht in diesem Kampf weil ich mir die Bedingungen nicht durch gewesen hab Und deswegen nicht weil ich wusste dass man gewinnen muss bevor Bedingung der Seele Also Oder ich starte nur mit Bedingung der Seele Das kann auch sein Und jetzt Also wenn das so weiter geht dann Äh Schaffe ich es gar nicht Das ist natürlich gerade sehr gut wie das hier Funktioniert So Kannst du jetzt Alter ich weiß Ey Mann Ich weiß nicht Fade grad aber Lol Ich kann nicht mal angreifen Was soll denn das Geht doch Mein Gott Schlimm 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 So jetzt aber Dadadadadadadadadadad. Fahr weg. Okay. Mein Gott. So. Ja. Aber ich wollte gerade schon sagen. Okay. Ja, wir müssen gewinnen, bevor die Zeit abläuft. Yeah und das bei zwei Gegnern. Und dann auch wenn ich so feile. Yeah. Naja, wir probieren. Ich habe andere Mission eccedrückt, oder? Ja, ich habe andere Mission eccedrückt. Ich hasse es. Ganz ehrlich, wenn man den Kampf nicht schafft, dann sollt man neu starten als erstes stehen. Das ist... weiß nicht aber egal entscheide den kampf vor dem ende der seele spiel okay ich würde sagen da das zwei gegner sind wird das schon relativ schwer sein ich weiß es nicht ich schätze einfach mal und deswegen könnte es sein dass ich das jetzt einfach drei viermal probieren wenn es nicht geschafft habe möchte ich das noch mal off stream machen ja weil es stellt mich schon etwas schwerer vor und direkt einfach mal drauf wobei er jetzt nur zwei beiden leben hat also geht es wahrscheinlich noch aber das ist so unfair ich mache sprint zu ihm hin aber wert vorrang er ich bin so zu ihm hin also dass ich eigentlich angreifen kann aber er denkt so so nein ich wollte schon sagen ich wollte schon sagen wie geht dann okay jetzt kommt habe ich weiß kann ich so ausprobiert nein guck das ist doch unfair das ist unfair okay ich werde es nicht schaffen ganz ehrlich aber das ist doch unfair ich mache das hier zu dem gegner schlag ihn und wer kann angreifen der gegner wieso das kapiere ich irgendwie nicht die logik dahinter aber gut dann probieren wir den haben jetzt noch themen ja mein gott aber das ist doch echt ich meine das finde ich vielleicht ist es so gewollt aber erst mal denke ich irgendwie nicht das so gewollt ist deswegen würde ich sagen ist ein fehler der programmierung und wenn es so gewollt ist dann leck nicht weil ganz ehrlich das ist irgendwie behindert man macht schon sowas man kann sowas ja sogar ab werden das habe ich ja sogar selbst schon geschafft und dann finde ich sollte man ja auch hier dinge und sollte man auch ich komme ich nicht drauf genau das dann wenn man es dann trifft aber auch auf jeden fall erster sein der dann zu steckt oder so weiter finde ich irgendwie ich weiß nicht das finde ich ein bisschen doof so gut egal jetzt haben wir ihn ein bisschen auf die fresse denn wir müssen das jetzt mal langsam schaffen so zack 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 nein das ist doch unfair mein gott so jetzt komm schnell wird jetzt also willst du mich trollen nein der wird alles ab Guck, nein, der ist doch tot Der ist doch tot Habt ihr, aber, äh, hä? Was? Alter, habt ihr das Leben von dem gesehen? Das war null Das war kein Leben mehr, das war gar nichts Das ist doch unfair Das ist die Zeit, ne Millisekunde Bevor er tot gewesen ist, abgelaufen Fuck Oh man, das war jetzt aber auch doof Also eigentlich anders geplant Ich wollte am Ende noch das hier machen Nur dann, äh, hab ich nicht gedacht, dass Äh, ja Dass Vigito dann so oft angreift Deswegen, äh Ein bisschen doof gelaufen, ne Aber, es wird schon passen Ich mein, der Kampf regt mich nicht auf Es ist halt Dauert halt länger Aber direkt aufregend tut er mich jetzt nicht, also So, und jetzt sollten wir es aber schaffen So wie es ausschaut So, komm Nein, nicht, nein, bitte Okay, ja Andere Stürmer werden, ja Ich hoffe, hier noch mehr Schwachsinn laber So Äh, aber man Man, man kann es schon erkennen, dass es eine Mischung aus Vegeta und Son Goku sei Ich finde schon, er sieht mehr als Son Goku aus So Super Vigito-Okenna-Attacke Nice Haben wir dafür jetzt auch freigeschaltet Das ist natürlich schön Und Blitzangriff Und nochmal Limmepunkte Auch gut Und, äh, ja Dann im nächsten Kampf gucken wir uns natürlich dann Endlich mal die, äh, Ultimative-Attacke an Ging ja bei diesem Kampf nicht Äh, aber Das machen wir, wie gesagt Erst mit dem nächsten Part Und, ja Ich hoffe natürlich wie immer Dass der Part euch gefallen hat Und, ja Ich sag's wie immer Tschüss, bis Zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal